Neues Jahr? Neue Haarfarbe? Das Video dazu kommt allerdings erst im 3. Februar raus. Also wenn es euch interessiert, merkt es euch schon mal vor. 3. Februar für die Haare! Hi ihr Lieben! Ich habe an Weihnachten relativ viele Spiele geschenkt bekommen und andere Sachen, die ich gerne vielleicht für euch testen würde. Deswegen wollte ich euch einfach mal vorschlagen, was es zur Auswahl gibt. Und dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch besonders interessiert und das teste ich dann als erstes. Und zwar habe ich einmal ein Escape Tales Spiel bekommen. Low Memory. Das ist ein Spiel im Cyberpunk Universum für ein bis vier Spieler. Also man kann es auch quasi alleine spielen. Das heißt, ich könnte euch das auch alleine dann so erklären. Ist ab 18. Also das ist auch schon mal krass, finde ich, wenn ein Brettspiel im Prinzip für ab 18 ist. Und es geht so 150 Minuten im Schnitt. Hier sind drei verschiedene Geschichten drin. Also man kann drei verschiedene Abenteuer erleben und man kann die Sachen wieder verwenden. Also man macht da nichts kaputt oder so. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil man gibt ja doch ganz schön viel Geld dafür aus. Und dann ist es halt schade, wenn man es einmal nur spielen kann und dann alles kaputt macht. Was ich ja auch schon bei diesen kleinen Exit Games manchmal gemacht habe. Lohnt sich trotzdem. Ich meine, man hat ja dann einen schönen Abend. Man gibt ja auch für einen schönen Abend mal Geld aus oder so. Aber es ist halt trotzdem gut, wenn man es danach noch mal weiter verwenden kann. Dann habe ich hier Sebastian Fitzek Killer Cruise. Was ich hier so geil finde, ist das Spielmaterial. Also man baut da ein richtiges Schiff auf, aus diesem Spielkarton. Und ich habe das bis jetzt auch schon dreimal gespielt mit verschiedenen Leuten. Das heißt, ich habe dann trotzdem den gleichen Fall genommen, weil ich dann einfach die Hinweise nicht so zusammen mitgerätselt habe. Und das funktioniert ja auch ganz gut, wenn man den Fall sozusagen schon kennt. Wenn man weiß sozusagen, wo der Psychopath sich versteckt. Dann kann man das Spiel trotzdem spielen mit anderen Leuten, die dann halt dann alleine raten müssten. Es gibt hierzu auch ein professionelles Erklärvideo. Aber wenn ihr Bock habt, dann zeige ich euch auch noch mal, wie das genau geht. Es ist ab zwölf Jahre. Man kann das mit zwei bis vier Spielern spielen. Und es geht immer so um die 30 Minuten eine Runde. Also ich finde es richtig cool. Es ist schön gemacht. Es ist ein super interessantes Spielprinzip. Man interagiert miteinander. Man spielt zusammen gegen das Spiel, was ich auch immer schön finde bei Spielen. Und es hat eine ganz gute Mechanik. Es ist nicht auch overpowered oder so. Man kann es auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen, was ich auch toll finde. Und ich habe ja auch dieses andere Sebastian Fitzek-Spiel schon gespielt. Und das war sehr schwer. Das haben wir nicht einmal geschafft. Und hier habe ich das in dreimal Spielen auch dreimal geschafft. Wir haben allerdings auch die leichte Variante genommen. Deswegen müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dann erkläre ich euch das auch mal, wie das funktioniert. Dann habe ich dieses Spiel hier bekommen. Arschlochkind. Ich hatte das bei Talia gesehen und fand es so lustig. Einfach vom Namen her. Und man soll halt sein eigenes Kind am besten verkacken. Und ja, das ist halt so mein Humor. Und das fand ich lustig. Allerdings ist da das Spielprinzip jetzt nicht so aufregend. Es geht ja im Prinzip nur um Punkte. Man versucht halt Punkte hin und her zu schieben, den anderen möglichst die guten Punkte zu geben. Man selber will halt die negativen Punkte bekommen. Und ja, dann am Ende rechnet man halt ab und das war's. Also vom Spielprinzip her ist es jetzt nicht so ein abendfüllendes Programm, sage ich mal. Aber es ist halt einfach witzig. Wenn ihr wollt, zeige ich euch das auch noch mal näher. Aber ich glaube, das lohnt sich bei dem Spiel nicht wirklich. Hier bin ich richtig scharf drauf. Und zwar ist das ein Horror Escape Spiel von Escape Boom, das Spiel. Davon hatten wir auch schon andere Escape, ein anderes Exit Game gespielt als Brettspielform. Was auch super war. Da haben wir aber erst zwei von vier Spielen gemacht. Deswegen habe ich da auch noch kein Rezessionsvideo gemacht. Aber das werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Und das ist jetzt hier ein Thriller. Also wirklich richtig gruselig. Es ist allerdings erst also es ist ab 16 im Gegensatz zu dem anderen, was ja ab 18 ist. Und man kann es mit vier bis fünf Spielern spielen. Und eine Runde geht so zweieinhalb Stunden circa. Aber was ich halt so geil finde, ist, dass man dort Augen binden hat. Und man muss dann also in bestimmten Stellen des Spiels die Augen sich verbinden. Und es liest sich einfach auch schon mega gruselig. Also man muss bei dem Spiel ein paar Sachen auch beschriften und irgendwie verändern. Deswegen sage ich euch das nur schon mal. Aber da steht, dass man diese Inhalte, die man also sozusagen kaputt machen muss, auch wieder runterladen kann und sich neu ausdrucken kann. Also das ist dann kein Problem, das noch mal weiterzugeben oder so. Und man muss dabei einen Laptop haben. Und da kommt dann die richtige Gruselstimmung und Musik und so. Und ich stelle mir das richtig geil vor. Also das wollen wir mal machen bei dem Mädelsabend. Da kann ich leider nicht filmen, weil meine Mädels alle nicht gefilmt werden wollen. Aber ich würde euch dann erzählen, wie es geht und wie es halt war. Und dafür natürlich nichts spoilern oder so. Keine Sorge. Aber das würde ich euch dann auch noch mal erzählen. Da freue ich mich auf. Außerdem habe ich zu Weihnachten noch ein Vlogger Set bekommen. Das hier, das nutze ich allerdings eher so für unterwegs. Also wenn ich zum Beispiel bei meiner Arbeit mal was aufnehme oder draußen. Und von meiner Mama hatte ich dann auch noch ein Licht bekommen. Das habe ich jetzt auch gerade aufgebaut. Da seht ihr jetzt quasi hier mal ein Bild, wie es bei mir jetzt aussieht. Neu. Ich bin jetzt bestens vorbereitet für YouTube und werde diese Sachen dann auch noch mal testen. Wenn ihr wollt, kann ich das auch noch mal als Video machen. Und die Smartwatch habe ich auch bekommen. Also ich liebe sie jetzt schon. Ich hatte mir auch gewünscht. Und ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt extra noch ein Video machen sollte oder so. Es gibt davon wahrscheinlich einfach viel zu viele Videos. Da könnt ihr euch ausgiebig informieren im Internet, also was sie kann und was sie so macht. Ich finde es geil und ich bin froh, dass ich sie jetzt habe. Ist ein bisschen klobig am Arm, aber was soll's. Der Inhalt zählt. Und für meinen Rollenspiel, weil ich hoffe, dass es dieses Jahr jetzt wieder weitergeht, habe ich auch noch Kontaktlinsen bekommen. Und was ich mir echt gewünscht hatte und ich bin mega enttäuscht bis jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwie hinkriege noch, sind diese einfahrbaren Vampirzähne. Vielleicht habt ihr da mal diese Videoclips gesehen, wo man das sieht, dass die Vampirzähne halt so rein und raus gefahren werden können. Ich fand's mega geil und wollte es unbedingt haben für meinen Lappen. Und jetzt habe ich das Geschenk bekommen. Und ich muss euch sagen, ich bin so traurig gewesen an Weihnachten, weil es nicht wirklich geil ist. Also ich mache sie mal rein. Also so sind sie halt, wenn man sie draußen hat. Das ist alles kein Ding. Also man kann auch überhaupt nicht reden damit. Mit normalen Vampirzähnen kannst du ja reden. Aber mit denen ist es halt ein bisschen schwierig. Du redest halt die ganze Zeit so. Wenn du den ganzen Abend so redest, ist es halt auch blöd. Und was aber jetzt das Ding ist, wenn ich hier einfahre... Ah! Ja, das ist nämlich genau das Problem. Die Zähne sind so eng hier dran, dass sie, wenn man sie einfeiert, dass sie halt komplettes Zahnfleisch aufratschen. Vielleicht seht ihr das hier. Es ist halt hier mega scharfkantig. Und das ratscht hier voll über das Zahnfleisch rüber. Also ich habe gedacht, man könnte es vielleicht noch irgendwie abschaben. Mal sehen, ob ich das mache. Und wenn ich das rausgefunden habe, wie das geht, dann werde ich euch vielleicht nochmal was dazu sagen. Aber jetzt erstmal als erste Rezession werde ich euch sagen, lasst ihr erstmal die Finger weg davon. Es ist mega schade. Und was ich euch unbedingt auch noch zeigen wollte, ist der Adventskalender, den wir vor Weihnachten hatten. Und zwar haben wir da auch einen Exit-Game Adventskalender genommen. Diesen hier. Den wollte ich nämlich eigentlich schon 2019 unbedingt haben. Aber da war der dann auf einmal überall ausverkauft. Man hatte ihn nicht mehr online bekommen. Man hatte ihn nicht mehr in der Buchhandlung bekommen. Ja, es war nicht mehr möglich. Deswegen haben wir den dieses Mal, also 2020, echt rechtzeitig bestellt, um ihn noch zu bekommen. Und ja, jetzt haben wir den halt mal benutzt. Man sieht hier hinten, so ein bisschen wird halt erklärt, wie das funktioniert. Es ist eine Umverpackung drum, damit man auch noch gar nicht sieht, wo überhaupt die ganzen Türchen sind. Deswegen zeige ich euch das mal. Und hier hinten gibt es auch immer noch so eine Möglichkeit, sozusagen zu cheaten, sag ich mal. Wenn man halt wirklich gar nicht weiterkommt. Was wir aber nicht wirklich machen mussten. Also wir haben das ein paar Mal gemacht, um zu kontrollieren, ob es auch wirklich die richtige Lösung ist. Aber wir sind auch immer drauf gekommen. Also es ist jetzt nicht so schwer. Aber man kann trotzdem damit arbeiten. Also es hat Spaß gemacht. Also es ist ja auch ab zehn Jahre. Das heißt, man muss jetzt kein Genie sein, um die Sachen zu lösen. Man muss auch nicht Mathe können oder so. Man muss da nicht rechnen können. Sondern es ist einfach wirklich Kombinationsgabe. Und ich zeige euch mal so ein bisschen, was in so einem Türchen drin ist. Normalerweise ist immer so ein Plättchen mit Text drin. Und dann sind halt je nach Türchen immer unterschiedliche Gadgets mit drin. Die man dann halt irgendwie benutzen muss. Und am Ende wird dann immer halt... Ist dann die Lösung ist dann irgendwie zum Beispiel Wappen hierfür oder... Was war jetzt hier noch? Oder hier Sternwarte. Damit man dann sieht, okay, da muss ich dann als nächstes hin. Weil die Türchen, die haben ja keine Zahlen. Und wenn man dann in dem Türchen drin ist, sieht man auch hier zum Beispiel die 14. Dann sieht man auch, dass man richtig ist. So, jetzt habe ich euch ein Türchen gespoitert. Aber einfach nur, damit ihr mal seht, wie das sozusagen aufgebaut ist. Ja, also ich wollte euch das auf jeden Fall ans Herz legen, weil wir haben sehr viel Spaß damit gehabt. Und auch, wie es geschrieben ist. Also der Wichtel hat gesagt, dass er das Haus besetzt hat. Und man kriegt es nur wieder, wenn man die Türen alle in der richtigen Reihenfolge aufmacht. Und wenn man mehr als eine Tür an einem Tag macht, dann ist es verflucht. Also das Haus ist verflucht. Und dann hat man halt keine Chance mehr, das Haus zu bekommen. Also es gibt so eine richtige kleine Geschichte dafür. Und am Ende habe ich halt auch gedacht, naja, am Ende ist ja nur noch ein Türchen. Was soll man denn da für ein Rätsel noch haben? Und da wird aber gesagt, ja, das Haus geht nur auf euch über, wenn ihr dann auch wirklich das richtige Lösungswort habt. Und dann muss man halt so ein Lösungswort noch erraten. Und das ist halt einfach echt liebevoll gemacht. Und ich kann euch das nur empfehlen. Ich finde es echt niedlich. Nicht nur für Kinder, sondern halt auch so ein bisschen für Spielekinder, Erwachsene, Spielekinder. Und wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Jahr, also in diesem Jahr jetzt, wieder einen holen. Davon gibt es ja jetzt mittlerweile schon relativ viele sogar in der Auswahl. Also ich für meinen Teil kann euch auf jeden Fall die Firma Exit empfehlen. Also so auch geschrieben. Dann wisst ihr gleich, dass das auch die richtige ist. Weil von denen haben wir schon ein paar Sachen gemacht. Und die waren bis jetzt immer richtig gut. Ja, also soviel dazu. Ihr seht, es gibt noch viele Dinge, die ich vorhabe für den Kanal. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, was euch interessiert und was euch nicht so interessiert. Und dann werde ich mal schauen, wie ich das sozusagen einbauen kann. Mein Redaktionsplan steht jetzt erstmal bis Mitte Februar. Und dann werden wir weitersehen. Also ich hoffe, ihr seid weiter gespannt. Bleibt dran und bis dann. Bis dann. Bis dann. Applaus